Seid gegrüßt zurück zu Stronger Crusader, wir sind in Mission 80 und wollten jetzt etwas umstrukturieren. Zum einen brauchen wir die Soldaten dort unten, denn unser maximales Soldatenlimit ist schon erreicht. Oh, das war jetzt schlecht. Aber nicht so schlimm. Gleichzeitig müssen wir natürlich das Ganze ausgleichen, was wir an Soldaten jetzt hier runter verlegen. Und zwar mache ich das durch positive Resonanzfaktor. Eine Nachricht vom Wolf. Jetzt können wir die Nahrung gleich sogar ganz abstellen und dadurch sogar unsere Wirtschaft stärken. Hier kommt man auch noch hier runter. Zur Stelle im Laufschritt. Wir haben nicht genügend Gold. Ganz problematisch. So, baut mal hier Belagungsplätze. Eure Befehle? Und los! Wir werden überfallen. Oh, ist okay. Ist okay. Bauen wir auch noch mal ein bisschen Topfen. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Wie sieht's aus? Sei Angst. Verkaufsfaktor. Ich gucke mal noch ein Stück zurück. Aber wir können hier stehen. Das ist schon mal gut. Und wir treffen hier die Ochsen. Das ist auch schon mal gut. So, schießt den Turm hier ein. Den können wir nicht erreichen. Ist okay. Ja, da ist mir klar, dass ich die fast erreicht habe. Und das ist nicht gut. Da haben wir noch welche. Konstruiert mal Belagerungsgeräte. Der Turm dürfte bald einstürzen. Und viele Bogenschützen hat er hier nicht. Wenn wir die Tür mal alle eingeschossen bekommen. Dann ist er praktisch fast wehrlos. So. Angstfaktor. Drei Stück bräuchte ich noch. Können wir mal auf 0 setzen. Minus 2, das kriegen wir aber ausgeglichen. Vorüber gehen wir hier zwei runter. Das reicht dann auch. Eine Nachricht von Vazir. Ich werde euch niederstrecken. So. Wir benötigen Gold. Das Volk liebt euch. Das. Das Volk glaubt, Ihr seid von äußerst gutem Wesensseil. Die muss ich dir jetzt noch zusammen kaufen. Eine Nachricht von Nazir. Und wenn ihr uns eine Rande abschlagt, haben wir immer noch eine Rande. So, der Turm ist weg. Das ist schon mal gut. Da ist ein Thornspeicher. Da ist ein Turm. Und wenn ihr uns eine Rande abschlagt, haben wir immer noch eine Rande abschlagt. Ja. Jetzt kriegen wir etwas weniger Armbrüste rein. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja sowieso ein maximales Einheitenlimit. Wir können damit sowieso nicht mehr so viel anfangen. Holz kriegen wir genug rein. Und wir können das gesamte Brot verkaufen und stattdessen Getreide einkaufen und damit auch noch mal Geld verdienen. Wahrscheinlich wäre es sogar günstiger, wenn ich ganz drauf verzichten würde, auf die Bäckereien und nur Armbrüste herstelle. Sobald die ja auch nicht mehr so effektiv sind wie mit positivem Angstfaktor. da weiß ich nicht, ob es sogar nicht wirklich effektiver ist. So, wie sieht es aus? Und Nizar hat eigentlich nicht mehr so viel. Wir holen uns jetzt den Steinbruch nochmal zurück. Achso, das Ding ist sowieso weg. Nicht einsatzfähig, meint ich. So, der Konzbrächer ist nochmal weg. Hilf mir, den Turm hier einzuschießen. Bis wohin kommst du? Dorthin leider nicht. Bis dorthin auch nicht. Aber den dort hinten kannst du noch treffen. Ja, den kann sie noch treffen. Das ist gut. Dann müsste er jetzt auch schneller erledigt werden. So, die sind weg. Gehen wir mal hier rüber. Löhnen umschützen. Die vom Richard. Die könnten nochmal echt wegschreiben. Achtung. So. So. Hier stehen bleiben. Okay. Kommt. Komm da weg. Komm nicht mehr weg. So, jeder Pfeiler ein Treffer. So. Mit dem Belangsturm anklicken. Ja, wenigstens dürfen die Nahkämpfer jetzt alle dort drunterlaufen. Gut, dafür haben wir ja hier Steine frei gemacht. So. Aber wir können jetzt auch Steine kaufen. Ja, dann habe ich halt noch ein Treffer. Und wir verkaufen das. Und noch ein bisschen davon. Dann verkaufen wir mal das. Und wir holen uns nochmal ein bisschen was davon. Die kommt hier runter. So. Flugbahn ist berechnet. Rebot, bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Dann Ihr habt nicht genügend Güter. So. Ihr habt nicht genügend Gold. Hm. Nicht genügend Gold. Trivog, bereit, Sire. Und los. Ich rieb gerne nach vorne. Äh. Konstruieren Belagerungsgeräte. Allzeit. Versuchen, was du vorhast, aber konstruieren. Der längst größte Herrscher. Achtung. Ja, Achtung. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Achtung. Achtung. Rücke aus. So. Sobald wir hier ein bisschen mehr Freiraum haben. Wir benötigen Steine. Habe ich mir Steine extra gekauft. Ah. Ich brauche 10, oder? Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Der kriegt kaum noch Zeug rein. Das ist auch schon mal in Ordnung. Nur ein paar Bogenschützen. Wenn ich das hier freigeräumt bekomme. Waffen geschultert. Dass ich mit meinen Soldaten vorrücken kann. Wir rücken aus. Achtung. Bereits so gut wie tot. Bin zur Stelle. Zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. Mach's gut denn. Achtung. Und los, Sire. Mit einer Auszeit. Weil ich da einen Grund hab. Grund weg. Eine Nachricht von Vasir. Eine Krieger. Habe mich im Stich gelassen. Ha. Waffen geschultert. Sie sind Geschichte. So. Bereits eure Lordschaft. Im Laufschritt. So. Dann schießt du jetzt mal weg. Zur Stelle. Ladet nach. Achtung. Kurzer Prozess. Okay. Er ist auch weg. Du schießt noch mal auf den Kornspeicher. Und los. Und du schießt natürlich dorthin nach dem Turm. So. Dann. Wollen wir uns neue Armbrust schützen. So. Können wir schon mal Vorrat kaufen. Kleine dürften wir jetzt bekommen. Ja. Jetzt haben wir hier oben trotzdem den Lüge. geschultert. Bereits. Ich kämpften aber. Noch ein paar. Bilder verbran. Und. Noch ein. Riewock. Ihr habt nicht genügend Güter. Unser Werkzeug ist bereit. Zur Stelle. Die blöden Schwertkämpfer. Bogenschützen bereit. Endlich mal diesen Turm da eingeschossen. Triebock. Bereit. Sire. Was sind nicht einmal getroffen bis jetzt. Triebock. Bereit. Sire. Achtung. Und. Los. Eine Nachricht von Wolf. Das ist das jetzt ein Problem. Und das da oben sieht gut aus. Die dürften bald die ersten Steine losgehen. Wir werden überfallen. Fast die Maxima Tseier. Das sieht doch auch ganz gut aus. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig. Ihr kämpft wie ein Mann. So. Achtung. Ihr könnt auf uns zählen. Waffen geschultert. Rück aus. Bereit. Eine Nachricht von Türen. Dann speichere ich jetzt hier mal ab. Was für ein Unheil. Weil die ganze Armee zu verlieren, das wäre... Müsam. Und. Marsch. Triebock. Bereit. Ist natürlich weiter auf den Turm dort hinten. Triebock. Bereit. Sire. Ihr seid der sechstgrößte Herrscher. Oh ja. Ach Tom. Darf uns zählen. Machen wir mal mit. Zur Stelle. Vorwärts. Schildbereit. Eure Lotcher. Ja. Die. Auf dem. Bergfried. Ist klar. Schildbereit. Eure Lotcher. Ist natürlich gut. Im Laufschritt. Die können wenigstens nicht ganz... Ah. Das da ist natürlich ein Problem. Hätte ich eigentlich gehofft, dass das nicht der Fall ist, aber... Ist immer noch nicht zu gut gießen. Nee, da habe ich viel zu viele verloren. Muss ich langsamer angehen. Und vor allem muss ich irgendwie diese blöden Turme vollkriegen. Der Turm muss weg und die zwei Türme müssen weg. Okay. Hören wir mal das. Und kaufe ein bisschen was dazu. Ihr sammelt euch einfach direkt hier hinten. So. Wenn der Turm weg ist, kommt da wenigstens erstmal nichts mehr von hier. Und hier. Eure Armee hat fast die maximale Größe der Reise. Hier aus. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung. Ach, die Soldaten. Bereits eure Lordschaft. Rücke aus. Schild bereit. Eure Lordschaft. Eure Lordschaft. Womit kann ich dienen? Linn ab euren Wunsch. So. Kommt mal nach hier hinten. Zur Stelle. Wir haben nicht genug. Gut. Hopfen haben wir noch genug. Das ist okay. Ja. Für die Kronen. Wir benötigen Steine. Benötigste Steine. Du benötigste Steine. Da kommen die ersten Steine. Reicht leider nicht. Der Turm. Doch, er hat einen Stein irgendwie abbekommen. Achtung. Okay. Wir können von hier wenigstens die Steinbrüche beschießen. Und die Farm hier vorne. Das ist doch schon mal was. Wenn nicht viel. So. Und die zwei Bögen können wir auch mal verkaufen. Und ihr baut jetzt mal hier einen Drehbord. Schießt aber er wird abgeschossen. Das ist sogar noch besser. Das heißt, selbst wenn die dort mal den Turm neu besetzen. Die Belagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Oh, die haben eine Steinlieferung eingegriffen. Die kriege ich alle komplett beschossen. Das ist doof. Und nicht zu ändern. So. Kaufe. Ja, das. TRIBOG bereit! Flugbahn ist berechnet! Schild bereit! Eure Lordschaft! Waffen geschultert! So gut wie tot! Könnt ihr mal bitte die Feuerballiste zu zerstören? Wir benötigen Steine! So! Schließt mal den Turm hier an! Ganz chill! Klasse! Er ist weg! So! Das sieht auch okay aus! So lange! Nun ist die Zeit gekommen! Ach, nervt mich doch nicht! Bereits! Eure Lordschaft! Zur Stelle! Schild bereit! Eure Lordschaft! Ist okay! Der Turm ist weg! TRIBOG bereit! Flugbahn ist berechnet! Weißt du was? Du schießt jetzt mal diesen Turm ein! Vielleicht triffst du dann besser! Oh! Und schon hat er ihn getroffen! Eure Befehle? Nee, keine Befehle! Flugbahn ist berechnet! Okay! Da kommt eine Horde! Mit einer Bogenschützen! Das war's mit dem Kornspeicher! Kornspeicher! So! Ja, komm! Ja, du schießt! Sobald der Turm fällt, marschieren wir hier vorne hin! Müsste diesmal funktionieren! Kannst du auch mal die Mühle einschießen! Waffen geschultert! So! Der Feind hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern! Mangel bereit! Zerreiz! Eine Nachricht vom Enya! Vieler Krieg ist entgegen! Ähm, schießt mal den Turm ein! Ich meine, da kommt jetzt nicht so viel, dass das irgendwie störend wird, aber... Na komm! Wirst du den auch mal? Der Bergfried ist komplett! Der Bergfried ist komplett? Da hängt ein Turm dort noch dran! Das muss ich nicht verstehen! Zur Stelle! Ah! Eine Nachricht vom Wolf! Ach, klasse! Ja, und Richard will auch noch spielen! Schützt eure Leisten! Schärft euren Stahl! Bald werdet ihr auf die Probe gestellt! Richard! Das hättest du dir aussparen können! Ich muss doch irgendwie das hinkriegen! Ich muss doch irgendwie das hinkriegen! Achtung! Und los! Unerreichbar, Seier! Waffen geschultert! Diese Feuerballiste ist jetzt oben! Ich zieh euch mal ein bisschen zurück! Ich werde euch zermalmen! So! Da kommt nichts, was gefährlich werden könnte! Aber das hier... Ich muss jetzt eigentlich angreifen! So! Deswegen spreche ich jetzt mal ab! Verwertet ihr Bösen! Bin zur Stelle! Ihr kommt hier runter! Und diese Bogenschützen! Und jetzt kommen da auch noch die Armbrustschützen hin! Könnt ihr mal auf meine Burg zumarschieren? Scheiße, diese Mauer hier noch! Ja! Achtung! Okay! Ich muss die jetzt abwarten, sonst schießen die mir meine ganzen Armbrustschützen! Wir benötigen Steine! Und ich brauche die! Dreh Bock! Bereit, Seier! Flugbahn ist berechnet! Wir benötigen Steine! Sieht mittlerweile wirklich so aus, als hätte ich den größten Teil von seiner Wirtschaft und so komplett lahmgelegt! Ich mein... Schild! 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 In Drehbock! Ah! Kannst du nicht drauf schießen, schön! Flugbahn ist berechnet! Wir geben unser... Flugschießen wir jetzt langsam die andere Wirtschaft da auch noch rein! Schild! Bereit, Seier! So... Wir kriegen jetzt Steine! Ich hab sogar ne Menge Steine! Ich kann hier noch Türme platzieren... warum eigentlich ein Baum, man schützt jetzt einfach noch ein Stück nach vorne wir bauen hier noch ein Turmgerät hin, von mir aus haben sie das, sie hast mir recht, kannst du deinen anderen Freunden sagen, die sollen endlich abhauen ich will hier den Misa umbringen so ausgewischen Achtung und los kurzer Prozess ein erträglicher Auferlust die ganzen Ambrustschütze wird unten verloren so so machen wir das ja gut mal ganz ernst ab, wie können denn die Ambrustschützen von der Dunsten euch anschießen, aber ihr die nicht sind auch weg oh du versuchst immer noch die Bergerei zu erwischen was soll konstruiert werden zur Stelle Achtung jetzt haben hier nur noch zwei Baumeister Achtung das ist auch kein Mensch Achtung das sieht doch gut aus und los ach du hast langsam mal erwischt und zerstört mal hier die anderen Sachen so sie sind eine 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 Menge Sachen eingerissen ein Kornspeicher nachzubauen bereits eure Lordschaft wirklich habe ich nicht genug Gold wäre auch das erste mal dass ich Gold hätte ihr habt nicht genügend Güter zur Stelle Achtung so und los ok bis da ist schlecht kräftet ihr auch an gut so sieht doch noch aus oh wieder so ein blöder Feuerballist im Laufschritt und los du kommst nicht an den Rand na ihr seid der siebtgrößte Herrscher Achtung ähm so im Kommentar hat jemand gemeint das sieht bei mir so einfach aus ich finde das sieht überhaupt nicht einfach aus aber es fühlt sich vielleicht beim spielen auch nur so an dass das nicht so einfach aussieht TRIBOCK bereit Sire so ach der Feuerball ist auch weg Waffen geschultert so konstruieren Belagerungsgeräte das Ding ist auch weg gut Flugbahn ist berechnet wir versuchen es gleich nochmal dort vorne hinzukommen Achtung zu wenig Gold wir haben zu wenig Gold vor allem so wir haben zu wenig Gold vor allem so 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 ja also probieren wir jetzt unsere Soldaten dort aufzustellen Achtung so gut wie tot die Vier versucht mal hier die Wettkämpfer zu erschießen wir werden überfallen ja ja hier die Bogen schütteln klar und die blöden so komm nee das hat keinen Sinn laden laden solange die da aufgehalten die sind zu langsam ich habe noch eine Idee wie es funktionieren könnte Achtung dafür brauche ich aber mehr Baumeister ja ich könnte aufhören endlich ständig Doppelklicke zu machen damit die gemeinsam marschieren Eure Lordschaft Rebok bereit Sire Flugbahn ist berechnet so du kannst mal das einschießen Rebok eine Nachricht vom Elia beim Donner was für ein Bonheit der Markt der kostet den ja nichts wir schießen jetzt die letzten Bäckereien ein eine Nachricht von Nasir und wenn ihr uns eine Hand abschlagt haben wir immer noch eine andere so konstruieren Belagerungsgeräte und los bald habe ich alle deine Hände abgeschlagen aha er geht mal wieder raus Achtung das passt mir jetzt gar nicht wir werden überfallen eine Nachricht vom Kalifen mein Sieg ist nahe in der Wüste wird Blut fließen aber die kommen alle von vorne das ist doch schon mal was schönes die Nachricht von Basir hört wie die Wüste ruft sie singt von eurer Zerstörung kurzer Prozess so Schild bereit eure Lordschaft zur Stelle Achtung Achtung dann schießt du mal den Turm hier ein und du konntest nicht auf das du ausschießt Flugbahn ist berechnet Flugbahn ist berechnet Flugbahn ist berechnet Flugbahn ist berechnet und los so ja so schieß zuerst bitte hier unten auf den Feuerball ist schießt ihr seid der sechstgrößte Herrscher so der ist weg waffen geschultert geschichte die schießt mal gemeinsam auf den der richtet wird sein nicht so viel Schaden an über trotz nerven so das sieht ok aus nicht schön aber ok ok ihr habt nicht genügend Güter zur Stelle vielleicht triffst du irgendwann auch mal ich weiß es nicht euer Gnaden unser Werkzeug ist bereit ein guter Mann schild bereit eure Loser soo also eigentlich steht hier nicht mehr Flugbahn ist berechnet in der Halle eigentlich auch nicht mehr viele Bogenschützen wird doch jetzt endlich mal klappen soo ahm nein stopp 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 da kommen da kommen und dort unten kommen Bogenschützen bereit eure Lordschaft und los schießt im Laufschritt geht hier nochmal zurück TRIBOG bereit Sire und schießt hier bitte mal auf die Mühle TRIBOG bereit Sire Sire und wir haben kein Gold das holen wir uns dann mal ich kann hier sowieso mal verkaufen und hier baut ihr jetzt noch einen Drehbock auch mal nochmal verkaufen und komm her los rücker aus soo soo theoretisch ja verliert er langsam hier die Oberhand soo jetzt kommt er ja eine Nachricht vom Kalifen wir müssten ja zusammenlaufen ok er hat keine Türme mehr weil er die einen abgerissen hat wahrscheinlich wieder um Kornspeicher und so nachzubauen bereits eure Lordschaft TRIBOG bereit Sire TRIBOG bereit Sire ja Schild bereit eure Lordschaft komm zurück ihr müsst die Armbruchsschützen decken Schild wird neu positioniert Bom Schild wird neu positioniert die Armbruchsschützen brauchen euch zur Stelle wir haben noch 34 und hier drüben dürften die eigentlich nicht mehr beschossen werden von den Türmen eine Nachricht vom Wolf meine Männer sind im Anlauf ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen zur Stelle ok ok aus da oben sind nicht viele den müsstet ihr eigentlich klarkommen ja komm du schießt bitte beide hier die Mühle ein und hier mal die Bäckerei ok hast du noch 5 ja sieht so aus als hätten wir die Achtung bin zur Stelle und los rücke aus Sire Waffen geschultert kommt mal ein bisschen weiter hier rüber längstgrößte Herrscher TRIBOG bereit Flugbahn ist berechnet ich schieße die bitte jetzt da drauf gut Flugbahn ist berechnet ich schieße jetzt die Apfelfarm ab damit die Bugenschützen da nicht mehr stehen können eine Nachricht von Richard Löwenherz die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf seid ihr sicher ihr habt genug dazu verkaufen 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 hier stehen zur Stelle ähm kommt man hier so nein und Marsch ist alles dicht ok dann schießt ihr jetzt hier den Steinbruch ein muss man Soldaten da durchkriegen Meuchelmörder erklimmen die Mauern Sire ja das ist jetzt glaube ich nicht das Problem und los ich kann die nicht außen rum schicken und die ihr müsst euch echt beeilen mal guck mal juch ah gut geschultert vorwärts im laufschritt der Holzfäller ist jetzt ein kleines Problem aber und TRIBOG bereit Flugbahn ist berechnet TRIBOG bereit TRIBOG bereit TRIBOG bereit TRIBOG 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 bereit TRIBOG Laura или der Stein die Steinlieferung darf nicht ankommen Goth D date nix oder pont ich denke wir haben da eine gute position und jetzt müssen wir uns nur überlegen wie wir die das ja also zerstört bekommen wir haben das jetzt hier unter kontrolle das können wir mal abspeichern überschreiten so viele spielstil jetzt gemacht vielleicht kommen wir auch tausend wir natürlich weiter armbrustschützen herstellen müssen aber eine kathedrale wird uns auf jeden fall jetzt nicht hoch geben und eine aufgabe eine glasse wirklich da drauf ich hab dich hier abgebrochen ich muss hier hinschießen das sieht auch gut aus mein gut die kram da jetzt auf das ist nicht so schlimm also wir haben jetzt gerade keine steuern das ist nur zu schlimm zur stelle ihr seid schrecklich nervig und penetrant ihr seid der sechstgrößte herrscher Achtung und los so gut wie tot wie unfähig seid ihr die zu erschießen los holzfäller block sie ok ladet nach kurzer prozess bereits so gut wie tot zur stelle ok dann machen wir das anders brüllen ärger die kriegen ärger na gut wir haben auch genug holz im moment das ist eine nachricht von vasil möge die sonne euer blut austrocknen und der wind eure augen erblinden lassen und los ladet nach ich will jetzt nicht dass die türe beschädigt werden das kann ich nicht gebrauchen Achtung ihr könnt auf uns zählen mein bogen ist euer sire ok mein herr ist ok und weiter hier steht hier auch gut ein nachricht von emir beim donner was für ein unheil ist im moment keine steine aber wir sind fast bei 1000 smith da will ich jetzt nicht die steine kaufen muss solange wir noch einen steinbruch hier haben eine nachricht vom wolf der wolf ist zurück geschlagen er hat nichts mehr und ich kann trotzdem nichts tun den wolf ist bald ist sein geld los das ist auch gut eine nachricht vom kalifen mein sieg ist nahe in der wüste wird blut fließen noch ehe der tag zur neige geht dann verkaufen wir mal die armrüstung wir verkaufen das brot und jetzt haben wir keinen platz holzfäller geht aus dem weg er ist im weg verschwinde da da bekommen wir jetzt gar keine lanzen mehr ии wir können auf uns zählen Sehr wohl mein herr ok das sieht gut aus bereits eure lordschaft Oh, das sieht noch besser aus. Äh, nein. Nein, nein. Wohin gehen wir? Waffen geschultert. Schild wird neu positioniert. Bereits eure Lordschaft zur Stelle. Und... Eine Nachricht von... Ja, gut, das ist jetzt. So. Ihr kümmert euch jetzt hier um diese blöde Feuerballister. Keine brauchen wir ja noch. So, kriegt ihr das hin? Da sieht eigentlich ganz gut aus. Eine Drei-Lieferung kommt durch. Wir haben doch jetzt wieder Steine. Dann schießt den Konzprächer nochmal ein. Er hat nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich muss nur noch die Burg irgendwie geräumt bekommen. Euer Gnaden? Sire? So gut wie tot. Waffen geschultert. Sie sind Geschichte. So. Das Volk holt euch sein. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf acht noch gehen. Der sechstgrößte Herrscher. So. Hier spricht hier oben mal ein bisschen auf. Das wäre auf jeden Fall auch noch hilfreich. Der Marktplatz ist wieder in die Luft geflogen. Hat hier innen drin auch fast keine Soldaten mehr. Ich muss jetzt wirklich... Ich hole mir jetzt einfach eine Worte. Mensch und das... Ein Nachricht vom Elia. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kamele werden immer dürrer. Und ihr? Zumindest kann ich etwas gegen Norden unternehmen. So. Hier ist halt die Überlegung. Was wir da machen. Die letzten Bogenschützen zu erledigen. Achtung. Und los. Hm. Ich verstehe die Hölle. Wenn die immer noch nicht auf die schießen. Kommt mal hierher. Noch ein paar Menschen. Gibt auch gut aus. Und dann den ersten erledigt haben. Haben wir die anderen auch erledigt bekommen. Die gehen jetzt auch immer wieder Steinbrüche kaputt. Das ist auch positiv. Tostet die anderen zumindest ein bisschen Geld. Ah. Wo habe ich denn den Schild? So. Einer von denen ist schon mal weg. Wo habe ich denn den Schild? So. Einer weg. Jeder ist bloß ein Treffer. Das hat zwei. So. Wir haben Brot. Von G20 nochmal rein. Hier können wir die Armbrust verkaufen. Hier können wir die ganzen Steine verkaufen. Und! Menschen. Ich bin noch ein Hausbau. Das Volk huldigt Euch Gseier. so das reicht dann immer noch hier kommt natürlich hinten dran wer kann auf jeden fall auf was schießen und schuss das ging daneben und schuss das gibt es ja nicht, dann kommt mal hier runter und wir haben unsere maximale armeegröße erreicht 32 münsche ok die zwei sind auch weg stellen wir gleich hier einfach hin dann schicken wir alles andere außen rum weil die menschen da sind ihr seid der längst größte herrscher ist hier und marsch waffen geschloss bereits wir haben noch mal einen verloren zur stelle ist so schwer die zu treffen und da kommen sie ok eure armee hat die maximale größe erreicht sowas habe ich fast befürchtet aber sobald der nisa ins gras beißt und los haben wir wieder mehr ja die gruppe da muss ich noch abwarten aber ich krieg die baumeister durch ich denke ich meine mühle auch da na die arbeitet auch schild bereit eure lordschaft waffen geschultert waffen geschultert ach der schießt da oben den pechkippe ab das ist auch praktisch schild bereit eure lordschaft so das dahinten sieht gut aus sklaven sterben auch ok vorwärts wir stehen zu euch und sobald ihr anfangen zu schießen und von richard löwenherz gut ihr könnt durch schärft euren stahl bald werdet ihr auf die bohre gestellt ihr könnt alle durch schießt den markt nochmal ach ich mag den gronspeicher schild bereit eure lordschaft so so und du kommst mal her und kudelst da auf die schwarzen münche sind bereit in der hoffnung das klappt gut nein also die buddelmechanik ist einfach auch noch schrecklich zurück 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 wir brauchen die menschen nämlich noch auf jeden Fall den kann ich vielleicht nicht mehr retten aber vielleicht kann ich von den anderen noch welche retten schild wird neu positioniert man hat ein bisschen feuer umgeschossen schild wird neu positioniert so jetzt rüber nein du bleibst hier und gräbst hier auf in den schlamm in den schlamm ah das sieht doch schon besser aus die wege des herren sind unergründlich gut bogenschützen bereit mal her das tut man nicht alles die schwarzen münche sind bereit wir haben jetzt ganz vorsichtig hier den graben auf nachricht vom kalifen die belagerung möge beginnen so da wird bald alles brennen da kann ich aber leider nichts dagegen tun wir können hier eigentlich schon mal ein bisschen was einkaufen auch nein 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 ihr bleibt schön hier aber nasse angelegenheit du krebs da ein erträglicher verlust sei ganz brav unkrat bedarf so gut wie tot jetzt müsst ihr nur noch das pferd treffen gut von mir aus nicht ach das da hinten ist natürlich auch durch ja vorwärts der herr ist allgegenwärtig so oh komm schießen wir mal auf den kornspeicher ja ja bitte ok wir sind dran dann haut ihr jetzt da mal schön ein nachricht vom emir beim donner was für ein unheil hast du schön die wand an das dauert ein bisschen das ist aber ok ok nein von eurer zerstörung ahnte man schon lange nun ist die zeit gekommen ja das ist in ordnung da darfst du ruhig kudeln das ist das ist das sieht auch ok aus da ist jemand der schießt auf meine ne türme aber wir können mittlerweile unsere türme reparieren weil wir genug stein kriegen ok wir benötigen steine es ist offen oh es ist offen es ist offen wie viele soldaten hast du noch 49 ähm wenn die bitte die erschießen kommt mal rein speichern jetzt hier nochmal ab ist irgendwas unvorhergesehenes passiert ich weiß speicher im moment sehr oft ab aber das ganze noch mal zu spielen darauf habe ich um ehrlich zu sein nicht viel lust die werden jetzt alle gesehen und auch abgeschossen bogen schütze ist jetzt auch erledigt allen sind halt ein bisschen blöd geht man noch ein stück zurück dann können die bogen schützen auch dorthin schießen die fallen sind echt doof bleibt man hier stehen der feind hat einen belagerungsturm vor unseren mauern ich stehe den ein eine nachricht von nasir ich neige mich im wind wie das hat er schon mal angst man hat nur noch 30 soldaten eine nachricht 7 8 9 10 11 12 13 ich verstehe ich nicht wieso ihr nicht auf dem berg bieten und wo ist der ich glaube da ist ein bug kann das spiel nicht gewinnen der bug tritt hier bei ihm auch auf beim kalifen außer der ist unsichtbar vielleicht ist der ja die schießen da auch auf irgendwas gut die sind nur unsichtbar wollte schon sagen dass jetzt kein dass der der burg her von ihm nicht da ist aber sieht so aus als wäre der nur unsichtbar da müssen wir jetzt gleich gucken dass wir genug geht da hoch wir werden es jetzt gleich sehen dann gehe ich davon aus die anderen sind auch nur unsichtbar also wenn ich die wenn ich jetzt nichts machen hätte mehr machen können weil die nicht da wären dann hätte ich das abgebrochen aber gut gegen unsichtbare burghern können wir was machen gegen nicht vorhandenen nicht alle nahe kämpfer herkommen so kannst du nochmal kornspeicher einschießen ich meine der stirbt jetzt auf jeden fall kornspeicher magister jetzt nur noch wann kornschützen sterben auch die türme hier sind halt noch ein problem aber der kalif zählt auch schon als schlechter als wir und lief scheint auch nicht mehr wirklich an geld zu kommen der emir ist leer mit euch los ist noch nie verpackt rücker kann auch sachen kaufen und verkaufen ein erträglicher auferlust ein erträglicher auferlust so das war's mit deinem kornspeicher kornspeicher ok ist es ok 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 mit lauter gesunden schilden schützen wir dann unsere mönche hey 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 ich muss meine armen Schwerträger anbringen ist dir nichts getan rungsschützen bleiben mal draußen komm mal schnell hier rüber ich hoffe es kommt genug an zur stelle das da ist blöd aber wenn ich die dort stehen lasse hilft es denen auch nicht weiter ja so schlecht sind jetzt Speerträger auch nicht dass da so ein Holzfäller die mit 5er Angstfaktor erledigt ok wirkt er sich eigentlich auch auf Holzfäller aus der Angstfaktor und los wahrscheinlich nicht schaltende belagungswaffen wirkt er sich ja nicht aus Nimm mal aufhören, meine Mönche zu beschießen. Das reicht. So. Ihr seid der sechstgrößte Herrscher. Ich schieße den. Acht Mönche und sieben. Ich glaube, das reicht nicht. So. Ihr könnt mal hierher kommen. Sammelt euch erstmal vier zusammen. Du klöpst mal da. Mit der gelben Gesundheit können gerne hier runterkommen, aber... So, ich will, dass ihr mal kurz vorher hierherkommt. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Wobei, wir können das ja auch anders regeln. Ihr reißt einfach diesen Turm ein. Weil er kein Holz hat, kann er auch keine Fallen bauen. Wir haben jetzt eine Menge Geld. Gar nichts anfangen. Nennt eurem Wunsch. Ein erträglicher Ausland. Waffen geschultert! Ähm... Und Marsch! Mit Gott. Bereits eure Lordschaft. Ein Kinderspiel. Ein leichtes. So könnt ihr nicht hoch. Hallo? Schildbereits zur Stelle. Sehr wohl, mein Herr. So. Eine Nachricht vom Wolf. Erlöhr reicht irgendwer, die... Ich dachte, es wird wieder nicht reichen, oder? Und los! Wir rücken aus. Na komm. Zeig ihn weg. Waffen geschultert! Na, und? Und? Ich meine, jetzt würden auch die Pfeile reichen. Schild wird neu positioniert. Bereits eure Lordschaft. Eine Nachricht von Nazir. Jetzt haben wir wieder... Ihr habt nicht genügend Güter. Möglichkeiten, unsere Armee zu stärken. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Zur Stelle. Vorwärts! So, ihr kommt dort weg. Ihr positioniert euch jetzt hier hin. Und los! Ihr da hin. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Sire! So. Unerreichbar, Sire! Natürlich, dass wir jetzt so viel Geld haben. Können wir auch. Frisch und vorgehen. So, wie viel Geld hast du denn, Kalif 396? Das wird dir gar nichts. Denn jetzt kontrollieren wir bald das Gebiet. Das speichern wir mal ab. Das hat jetzt auch schon wieder eine Stunde gedauert. So. Wir werden jetzt aber zum einen mehr Soldaten haben können. Zum anderen können wir den Kalifen beschießen. Das heißt, wenn wir den Kalifen runterdrücken, wird keiner mehr hier kommen und uns nerven. Gut, ab und zu schickt der Wolf und der Richard seine Bogenschützen hierher. Aber es wird ihm dann auch nicht mehr so viel helfen. Wenn der Kalif weg ist, dann kümmern wir uns um eh mehr. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen ausschalten, können wir unsere Armee vergrößern. Und es kommen weniger Soldaten, die uns angreifen. Und auch weniger, die unseren Steinbrühen hinten was antun wollen. Können dann unter Umständen demnächst auch das Eisen hier nutzen. Und vielleicht sogar hier vorne die Farm einfach. Weil es geht. Gut. Aber an der Stelle, ich speichere jetzt nochmal ab, weil ich nicht weiß, ob ich abgespeichert habe. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche noch einen gesegenen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.